so hallo meine lieben freunde liebe youtuber ich kann euch jetzt mit freude mitteilen da ich jetzt ein handy habe was sowohl auch wirklich sehr offen modernen stand ist kann ich ab sofort auch von unterwegs aus videos hochladen ja ich habe nämlich jetzt ein iphone 6 plus das große und ja wie gesagt es werden auch bald bessere videos gemacht also mit man nokia die zeit ist vorbei mit den videos bisher musste ich immer vom nokia aus den pc um die videos hochladen zu können aber das kann ich jetzt hier ganz einfach über iphone machen ich kann das video aufnehmen braucht das wie gesagt nur hochladen nur wie gesagt habe ich noch nicht rausgefunden wie man irgendwelche aufgenommenen dateien hochladen kann das ist jetzt quasi eine aufzeichnung die ich selber mache ja soweit mal zu meinem status update also demnächst kommen von mir wieder mal paar videos in der letzten zeit war das echt mal weil ich natürlich auf das handy gespart habe aber es wird jetzt wieder mehr ist das jetzt ja genau es wird jetzt wieder mehr aufnahme beenden taste